einen wunderschönen guten morgen wünsche ich euch hier ist der amiris han ich bin auf dem weg zum hauptbahnhof denn heute fahren wir an diesem schönen donnerstagmorgen zusammen mit dem melokind nach flensburg dann übermorgen nach hamburg und da den tag drauf nach landau es wird also coole filme geben und coole videos geben für euch die sachen sind schon gepackt und jetzt geht's los zum hauptbahnhof bis gleich hamburg moin moin wir sind da wir sind fit wir sind frisch und wir sind auf dem weg nach flensburg schön schön stadt schöne stadt wir sind jetzt hier gerade am fischmarkt in hamburg und bevor es nach jetzt gleich nach flensburg gehen wir uns noch einen kleinen stopp verdient wo wir ein bier trinken beim bier karl direkt hier an der ecke beim eierkarl das bier ist echt köstlich und das lassen uns jetzt auf zum nutzer geben bevor es gleich nach flensburg weitergeht so wir sind jetzt in flensburg angekommen und ich wollte euch mal kurz die zimmer zeigen weil hier in flensburg ist nämlich so dass wir nicht richtige hotels haben sondern dass wir eigentlich was viel viel cooleres haben nämlich wir haben sozusagen eine location in der location also wir können pennen in der location das heißt wir haben hier ganz viele betten und das hier das ist sozusagen unser wohnzimmer wo auch schon der dämpel da sitzt hallo hier könnt ihr rauchen die bäder sind draußen und hier runter da geht es zum club und wie es im club aussieht das zeigen wir euch jetzt gleich wo auch schon der Die ist das denn, Baby. Honey. Die ist das denn, Baby. Honey. 346 Minuten später. Guten Morgen, hier ist der Ramirez San. Schöne Grüße hier aus Flensburg. Ja, was eine Megaparty gestern. Also vielen Dank an die Veranstalter, die SKTBs. Es war auf jeden Fall eine Megaparty gewesen. Wir waren um zwei Uhr schon ausverkauft. Die Schlange stand 50 bis 100 Meter vorm Laden. Es war eine hervorragende Stimmung. Wir sind frisch geduscht, also ich und hier Ihnchen hier. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hamburg, denn dort spielen wir heute Abend im Wagenbau. Nur für euch ist jetzt hier ein bisschen Schluss, weil das war nämlich der erste Teil von unserer Tour Richtung Hamburg, Flensburg und Landau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.